Hamburg, New York, Paris. Als Modefotograf wird Gerd Beyer international immer gefragter und erfolgreicher. Doch dann schmeißt er hin. Meine Freunde dort haben nicht verstanden, dass ich den Zeitpunkt gewählt habe, umzugehen. Weil sie alle gesagt haben, jetzt bist du vernetzt. Du legst einmal die Tasche da weg und das. Ich glaube, das Schlechteste, was einem im Leben passieren kann, ist, keinen Plan B oder keinen anderen Weg zu sehen. Die Models tauscht er gegen Kühe. Immerhin besonders attraktive. Japanische Wagyu-Rinder. Quirlige Fotosets sind Vergangenheit. Gerd Beyer übernimmt den Bauernhof seiner Eltern. Im 150-Seelendorf Rüsselshausen bei Würzburg. Und stellt alles um auf Biolandwirtschaft. Statt um die Welt zu jetten, tuckert er nun mit dem alten Traktor zwischen seinen Weiden hin und her. Warum nur? Ich habe in dem, was ich da gemacht habe, eigentlich so einen überhöhten Konsum gefördert, der Ressourcen verbraucht hat, die in dem Ausmaß vielleicht nicht verbraucht werden müssen. Also wenn ein Designer früher zwei Kollektionen im Jahr gemacht hat, ist er jetzt ja bei vier. Eine Cruise Collection, eine Spring Collection, Summer Collection. Also es wurde immer mehr, immer schneller. Und das hat mich immer mehr gestört. Ein Leben mit neuem Sinn, aber auch mit neuen Herausforderungen. Auf der Kälberweide gab es letzte Nacht Nachwuchs. Mit der Mutter ist überhaupt nicht zu spaßen. Die hat ziemlich starke Mutterinstinkte. Und bei den neugeborenen Kälbern muss ich eine Ohrmarke einziehen. Die Registrierung. Und ich traue mich nicht an das Kälberan, um die Ohrmarke einzuziehen, wenn ich nicht weiß, dass sie mich nicht attackieren kann. Das ist mir nämlich schon einmal passiert mit ihr. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich das nicht gewohnt war von Kühen. Und bin rein, als sie gekalbt hat. Und dann lag ich aber sofort schon wieder draußen, weil sie das nicht so gut findet. Statt perfektes Licht zu setzen, gilt es nun, Kuhverhalten zu deuten, der Blauzungenkrankheit vorzubeugen und gesunde Kälber großzuziehen. Know-how, das sich Gerd Bayer in vielen Lehrgängen mühsam aneignet. Na, wie geht's dir? Guten Tag? Ja. Wie schon befürchtet. Nicht schreien, sonst wird die Mutter nervös. Dann nenne ich dich jetzt. Weg ist es. Jetzt muss ich laufen. Ist gut. Ein Kalb wie die kleine Karu. Ein Highlight auf Gerd Bayers neuem Weg. Denn auch der hat zwei Seiten. Es ist auch schöner, hier auf der Weile zu stehen, tatsächlich wie drüben. Auf der anderen Seite sieht man sie ja, unsere Schlachtochsen und Schlachttiere. Das ist eher schön, weil hier beschäftige ich mich erst mal noch drei Jahre mit dem Leben. Sechs Jahre ist es her, dass Gerd Bayer den Hof übernommen und von Milchwirtschaft auf Fleischproduktion umgestellt hat. Das Wohl der Tiere ist ihm besonders wichtig. Aber ist es wirklich der Sinn des Lebenstiere, groß zu ziehen und zu schlachten? Aus der Gruppe raus schlachte ich einmal im Monat ein Tier. Vom Alter her eigentlich der Figaro, der hier vor uns steht. Der ist aber relativ schlank. Und ich glaube, den lassen wir nochmal stehen. Und vom Alter her kommt dann wahrscheinlich dieses Rind hier als nächstes. Und die sieht auch ganz gut aus. Leicht ist es nie, aber das ist Teil meines Geschäfts. Also ich halte die Tiere für die Landschaftspflege primär. Und ich brauche eine Wirtschaftlichkeit auf dem Hof. Und die erziele ich eben durch Fleischvermarktung. Auch oder gerade als Biobauer kennt Gerd Bayer die Konflikte in der Landwirtschaft. Trotzdem findet er darin einen tiefen Sinn. Das ist für mich die Nachhaltigkeit, die ich wollte. Dass wenn ich tot bin, habe ich was hinterlassen, was positiv ist. Da ist ein Baum, da leben Tiere, da wachsen Früchte. Das ist gut für das Bodenlebewesen. Also wenn ich nach den 30 Jahren, die ich hier am Hof war, dann vielleicht nicht mehr bin, aber der Boden 2% mehr Humusgehalt hat, dann ist genau das, was ich wollte. Etwas zum Wachsen zu bringen, zum Leben zu erwecken, das ist ja vielleicht die Spiritualität. Ich habe ganz oft meditative Arbeiten, die einfach wiederkehrend sind, wo ich viel nachdenken kann und viel vielleicht eine Art von Meditation betreiben kann. Ich merke schon, dass ich da belächelt werde, aber das ist irrelevant. Du, Kau, geh mal da wieder rein und bleib da unten. Du, Kau, geh mal da wieder rein und bleib da unten.